Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Oh So Billys Tagebuch. Dieses Mal, ähm, durchnehmen wir wieder komische Kommentare. Ich, ähm, kann jetzt eigentlich nicht behaupten, dass jetzt alle Kommentare, die jetzt hier vorkommen werden, direkt komisch sind, oder geschweige denn Hate, aber es ist halt eben ein komischer Mix und deswegen hat halt eben dieses Video, oder eher gesagt dieses Format, diesen, ha, wortwitz, komischen Namen. Ähm, naja, bevor ich damit weitermache, ähm, ich habe jetzt mal wieder meinen alten Channel durchforstet und es gab erstaunlich viele Glühbirnen, die sich jetzt wieder gemeldet haben. Und wie gesagt, Leute, nicht jeder, der hier vorkommt, soll jetzt so eine nett bezeichnete Glühbirne sein. Das muss ich jetzt wirklich mal gleich sagen, aber okay. Kommen wir dann auch erstmal zu dem ersten Kommentar, oder eher gesagt zu den ersten drei, und zwar von David Pfeiffer. Also, wisst ihr, ich habe eigentlich eins so nie verstanden, und zwar, wenn einem ein Aspekt oder mehrere an einem Video nicht gefällt, was ich sogar auch komplett verstehen kann, warum gibt sich dann diese Person die ganze Zeit noch weitere Videos? Ich kann es nicht verstehen. Und noch dazu, sehr selten passiert es eigentlich, wenn ich die Kommentarseite hier aufrufe, und ich habe gleich bis zu sechs Kommentare, die ich daraus, äh, sage ich mal, nehmen kann, und zu einem Video wie diesen hier hinzufügen kann. Also von dem her, ähm, bravo an die Glühbirnen, die das jetzt erstmal geschafft haben. Aber okay, ähm, wer mag dich schon, wenn du immer den Voodoo siehst, ohne H, dann nimmst du ihn immer. Obwohl es eigentlich ein bisschen nutzlos bei ihm hier, Rechtschreibung, äh, richtigen Satzbau, und was weiß ich alles hier noch, äh, vorzunehmen. Aber trotzdem, wer mag dich schon? Ich habe keine Ahnung. Ansonsten, ja, wenn ich einen Voodoo sehe, dann nehme ich ihn halt. Ich mag halt diese Karre, tut mir wirklich sehr leid, Pfeiffer. Und noch dazu, ja, echt, nö, echt, das habe ich ja gar nicht gewusst. Und dann kommt noch gleich, äh, noch ein weiterer Kommentar von ihm, und zwar, chette mal, verdammte Scheiße. Ich nehme jetzt erstmal an, dass er vielleicht cheate mal meint, aber selbst da kann ich nur hinzufügen, ähm, auf einem SMP-Server, cheaten, ähm, das kommt jetzt nicht so duft drüber. Und noch dazu, ähm, ich denke mal eher, dass er wahrscheinlich, äh, Comments meint, solche Sachen, die ja nicht bei diesem Romania-Superstunt-Server vorhanden waren. Also in dem her, keine Ahnung. Enrico Neubert hat geschrieben, also, wer spielt noch GTA SA? Ihr Noobs. Huh, boy, wo soll ich da erstmal anfangen? Ähm, erstens, an alle Glühbirnen, die da schreiben, vor allem unter solche alten Videos, schaut auf das verdammte Datum. Aber, mal davon abgesehen, ähm, ich schäme mich eigentlich nicht dafür, einen guten Klassiker noch weiter zu spielen. Ich meine, ja, zugegebenerweise auf Officer Billy tue ich das jetzt nicht allzu oft und, ihr gesagt, mit der United-Modifikation, aber trotzdem, ich mag GTA San Andreas und ich werde es noch weiterspielen. Und dieser Typ ist ein perfektes Beispiel dafür, dass man am besten keine Inzucht... Ich meine, ähm, auf jeden Fall, ich mag seinen Kommentar nicht, sagen wir es einfach mal so. Demirhan, ich nehme jetzt mal an, dass ich es richtig geschrieben habe und nur so ein Slash-Zeichen hat geschrieben, hässliche Labertasche. Ich muss jetzt mal euch kurz fragen, schreibt mal nicht Labertasche zusammen, aber da kann ich mir jetzt auch erstmal uhren. Aber es ist jetzt eigentlich auch erstmal scheißegal. Ähm, okay, ja, ich bin wirklich hässlich, du hast es erkannt. Scheiß noch eins, das, ähm, hat mich ziemlich tief damit getroffen. Danke, Demirhan. Dieser Kommentar ist jetzt eigentlich eher weniger komisch und eigentlich auch weniger Hate, aber ich muss ihm eigentlich trotzdem zustimmen. Und zwar, Wahab Sharifi, nehme ich mal an, hat geschrieben, lernst Respekt vor anderen Leuten im Internet zu haben. Ich nehme jetzt mal an, lernt. Und das S war jetzt ein bisschen überflüssig, aber okay. Ich habe mir die Kommis durchgelesen und sah, dass sie über Stimme bis zu Deutschkenntnisse verarscht wird. Und da muss ich jetzt auch hinzufügen, das schreibt man auch normalerweise anders, als so eher gesagt wurde. Weil die Kommentare sind ja alter, nicht so wichtig. Auf jeden Fall trotzdem, ich muss ihm da eigentlich schon recht geben. Jetzt weniger, weil es mein Video ist, weil das hat eigentlich noch nicht mal eine Rolle für mich. Ich muss schon zugeben, meine Videos damals waren schon ein bisschen eher scheiße. Und noch dazu, ähm, das, ich sag's mal so, das Hetzert, was ich verwendet habe zum Aufnehmen, war auch nicht gerade eben das Beste. Und es gibt verdammt viele Videos, wo Leute denken, die sind schlau und können das jetzt erstmal hier, sag ich mal, zeigen. Und, äh, ja, kommst du toll rüber. Also, nee, mehr. Ich muss mich bei dir bedanken, Wahab Sharifi. Und hier haben wir dann auch erstmal einen klassischen Kommentar. Und zwar, Erik Müller schrieb, Nimm die Wolldecke aus dem Mund. Ich muss dazu geben, ich hab ein bisschen an diesem Kommentar geknabbert. Jetzt nicht, weil das mich irgendwie getroffen hat. Sondern eher, was er eigentlich, ähm, für einen Zusammenhang gemeint hat. Es ist so ein ganz kluge Kommentar, wo man sagen kann, aufgrund dessen, weil ich mich damals ein bisschen jünger angehört habe, hat er sich gedacht, ich mach mir so einen Witz mit einer Wolldecke. Keine Ahnung. Obwohl ich es eigentlich auch nicht ganz als einen Witz bezeichnen würde. Aber trotzdem, dieser Zusammenhang war sehr toll ausgesucht. Danke, Mr. Müller. Ruxandra, Iona oder Luana, keine Ahnung, Schiebhandikapati. Ich hab jetzt zwar dieses Wort jetzt nicht nachgegoogelt, also sprich, in Google-Übersetzer eingegeben, damit ich genau weiß, was es heißt. Aber dadurch, dass es dem englischen Handicap sehr nahe kommt, würde ich mal sagen, dass er mich beleidigen wollte. Vielleicht. Ich weiß es jetzt nicht ganz, aber ich füge halt eben gerne solche Kommentare hinzu, dass man halt eben ein bisschen hier rätseln kann. Was denn ein sehr kurzes Rätsel wäre, aber trotzdem, es ist ein Rätsel. Also, nehm her. Paul H. schrieb, Ja, deine Mutter ist ein Noob. Erstens, nett wie du Noob geschrieben hast, du voll Spaß. Zweitens, äh, ich geb dir sogar recht. Meine Mutter ist eigentlich ein Noob. Da lässt sich eigentlich auch nichts dran rütteln. Der Teilgrund ist, weil sie eigentlich niemals Spiele spielt. Aus natürlich, äh, aber das zähle ich jetzt hier eigentlich nicht dazu. Aber ansonsten, ja, Paul H., du hast recht. C. H. King. schrieb kurz und knackig, schlecht. Ja, das kann durchaus sein. Ich hab eigentlich jetzt niemals behauptet, dass ich jeden Geschmack treffe, wenn überhaupt einen, aber trotzdem, ich geb ihm sogar recht. Philipp Hins. schrieb, Dein Akzent ist so geil und deine Videos noch mehr. Ich gucke mir jeden Tag deine Videos an. PS, bitte antworten. Ich würde ja wirklich euch gerne sagen, warum ich hier eigentlich diesen Kommentar hinzugefügt habe, aber ich schätze mal, gerade wegen dem letzten Part, darf es eigentlich ganz genau sehen. Kurz gesagt, ich mag keine Schleimer. Schleimer Zeit schrieb, habt ihr einen Tschüss-Server? Ich bin mir noch nicht mal ansatzweise sicher, was das überhaupt heißen soll, aber der Teilgrund, warum ich das ja nicht hinzugefügt habe, ist, weil er ein bisschen komisch ist und zweitens, weil ich eigentlich euch fragen wollte, was bitte ist ein Tschüss-Server? Ich habe eigentlich ehrlich gesagt noch nie gehört und ja, das Tschüss könnte schon durchaus für den Namen stehen. Keine Ahnung. Ich möchte es jetzt nicht genau sagen. Weit-Süß-Ska, Glückwunsch, Kollege, du hast einen sehr netten Namen, vor allem den ich nicht wirklich aussprechen kann, hat geschrieben, zwischendurch habe ich es wirklich bereut, Kopfhörer aufzuhaben. Okay, eine Frage, auf was für eine Lautstärke hörst du eigentlich dir normalerweise Videos an? Ich für meinen Teil vermeide es eigentlich sehr oft, meinen PC-Sound auf 100 zu haben, weil gerade so etwas sehr oft passieren kann. Jetzt nicht wegen meinem Video, sondern ich meinte allgemein. Und vor allem, wenn man gelegentlich auf Pornoseiten ist und Werbungen ganz laut werden, ich habe nichts gesagt. Egil-Mess-Osmann schrieb, typisch 13-Jährige. Kollege, wenn sich 13-Jährige jetzt so wie ich anhören, und das hat sich jetzt mal falsch schon gehört, Stanne, ist es eine sehr komische Welt. Ich meine, ja, das Alter muss jetzt nicht immer gleich bedeuten, wie hoch oder wie niedrig die Stimme ist, da gebe ich einem schon recht, aber 13 Jahre? Wirklich? Ich meine, du hast nur um die 8 Jahre verfehlt, also von denen her, ja, das läuft ja. Arschloch schrieb, was sagst du zu dem Video, wo über 2 Millionen Aufrufe hast? Erstens, nettes Deutsch, und zweitens, ähm, was ich dazu sage, ganz einfach, ich schäme mich dafür. Einer meiner schlechtesten Videos hat so viele Views abbekommen. Ich, ehrlich gesagt, hasse mich eigentlich heute immer noch dafür, aber deswegen versuche ich eigentlich heutzutage auch einiges besser zu machen. In dem Sinne, Leute, ich versuche es nicht zu verheimlichen, ich hasse meine damaligen Videos und der Grund, warum ich es noch nicht gelöscht habe, ist, wenn mir einige gesagt haben, dass sogar die Videos okay sind, also von dem her, ja, und noch ein bisschen, für solche Folgen, Stoff zu haben, also sprich, Leute, die nette Kommentare schreiben, ist es eigentlich auch noch ideal, also von dem her, ich versuche, die positiven Aspekte zu sehen. Rob3GamerOder3B schrieb, warum machst du nicht mehr andere Sachen, zum Beispiel wie früher, nicht diesen Server, der ist kacke. Ich muss ehrlich sein, ähm, ein Teilgrund ist, warum ich diesen Romania Superstunt Server nicht mehr spiele, ist, weil, so viel Spaß, wie ich dort hatte, aber jedes Mal, wenn ich darauf spiele, muss ich mich dran erinnern, ähm, wie meine damaligen Folgen dazu waren, und ehrlich gesagt, ich hab auch gar kein Interesse mehr, das irgendwie nachzumachen. Ich weiß, das ist schon ein bisschen ein komischer Grund, ich geb euch da auch recht, aber trotzdem, das, was ich damals mit diesem Server gemacht habe, reicht mir vollkommen, und überhaupt, MTA, mal so, Funfact am Rande, wenn du da eigentlich low machst, oder gar nicht gewesen wär, hätte ich eigentlich nie mehr wieder von MTA irgendwas gemacht, oder sei es von GTA San Andreas Online. Also von dem her, ihr könnt an dem Punkt Lollmaster danken. Angelo, Michael, schrieb, japanische Autos sind geil, und alle, die dagegen sind, sind nur neidisch, dass sie selber keins besitzen. Smiley. PS, um kleineren, arschversuerten Konsolenkinder vorzubeugen, wir fahren privat einen Ami. Ja, hätte jetzt eigentlich an dem Kommentar nichts geändert. Ich muss jetzt ehrlich sein, ich hab jetzt eigentlich diesen Kommentar jetzt nicht hier gebracht, weil, Lollmaster und japanische Fahrzeuge eine Kombination ist, die nur sehr selten funktioniert, auch wenn er es nicht zugibt, aber trotzdem, der Grund, warum ich das hier jetzt hochgebracht habe, ist, ähm, es stimmt nicht. Es gibt Leute, die mögen einfach keine japanischen Autos. Da kann man einfach nichts dran rütteln, wie es bei den Amis und bei den europäischen Fahrzeugen der Fall ist. Ich halte eigentlich persönlich jemandem nie etwas vor, wenn er Sachen nicht mag, die jetzt ich mag und bezeichne ihn dann als, ähm, ja, was weiß ich, Idioten, der noch niemals selber eins besessen hat und deswegen es nicht besser weiß. Das ist eigentlich idiotisch. Das gleiche kann man auch über Videos sagen, auch aka über meine. Wenn einem mein Video nicht gefällt, dann heißt es nicht, dass er, ja, was weiß ich, dass er gerne selber in dieser Lage drin wäre. Nein, das heißt einfach nichts, dass diese Videos nicht für ihn sind. Also von dem her, ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich es gut erklären kann und noch dazu, ähm, was ich eigentlich damit überhaupt sagen wollte. Horst Shark oder Hostage, keine Ahnung, wer Hostage schreibt man eigentlich anders, schrieb, Junge, du bist der geilste ever okay. Ich merke eigentlich gerade eben, dass ich nur sehr wenig, äh, wirklich, Hate-nahe Kommentare hier in dem Video gebracht habe. Es tut mir auch wirklich sehr leid, aber ehrlich, ich wollte diesem Namen hier gerecht werden. Also von dem her, danke, Horst Hitch. Ähm, netter Kommentar. Mr. Verpesto schrieb, I, zu Animes schissen. Nennt man Hentai und ich muss auch zugeben, ist jetzt eigentlich auch nicht mein Fall, um das jetzt erstmal aus dem Fenster zu haben. Scheiße nochmal. Deputy Grand schrieb, dass der Lauf von dem Super Pershing nicht abbricht, das ist ein Mysterium. Geiler Part. Und noch dazu die zwei Smileys, die hätte ich jetzt nur die vergessen können. Ähm, Deputy Grand. Die Sache ist die, ähm, dieser Super Pershing hat zwar schon ein langes Rohr, da gebe ich dir auch recht, aber der Grund, warum es nicht abbricht, ist, weil es erstens nicht aus Aluminium gemacht ist und zweitens, ich glaube, selbst da wird es eher abknicken, aber scheiß drauf, ähm, der Grund ist, weil eigentlich das 30 Millimeter Stahl ist, also kurz 3 Zentimeter, ist jetzt nicht direkt dick, ich weiß, aber für diesen Lauf, der jetzt eigentlich nicht direkt schwer ist, oder zumindest nicht so schwer wie der Panzer selber, ist der Grund, warum eigentlich dieses Rohr nicht abbricht, zumindest soweit ich noch aufgepasst habe. Mein Kerrer FTLP schrieb, Billi, das war auch so unnötig, Lollmaster ist auch nur ein Mensch. Ich würde mir sowas nicht gefallen lassen. Die Sache ist die, ihr müsst wissen, Lollmaster ist kein unschuldiges Lamm. Meistens, wenn ich ihn beleidige, hat es eigentlich meistens einen Grund, auch wenn es eigentlich nicht direkt im Video drin ist, weil, ein Teilgrund ist meistens, weil ich mich manchmal so derart darüber freue, dass ich ihn noch mehr Namen nenne als sonst, aber ansonsten, ähm, ich sag's mal so, wenn ich ihn eigentlich normalerweise beleidige, töte, und was weiß ich, noch böse Sachen mit ihm abziehe, dann ist es eigentlich nur das, was er eigentlich schon im Endeffekt damit angefangen hat, an diesem Tag, also von dem her, wie gesagt, nur reine Notwehr, also von dem her, bitte nicht wundern. Amir Medi schrieb, your driving sucks. Erstens, ähm, keine Ahnung, warum man anstatt C, K und S einfach nur X schreibt, aber, dann wiederum kann ich auch nicht Leute verstehen, die you, einfach nur mit einem U, schreiben, also von dem her, was soll ich sagen, ich bin ein paar Punkten in Grammatik, Nazi, oh, dann gehören wir Nazi, was er, scheiße nochmal, das ist peinlich. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, kann sein, es ist ein altes Video und überhaupt, ihr habt eigentlich niemals behauptet, dass ich gut in Spielen fahre. Ich sehe mich eigentlich eher meistens als Durchschnitt, also von dem her. Also Leute, das war jetzt erstmal eine weitere Folge von komische Kommentare, ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen und gleich vorweg, es tut mir eigentlich schon leid, dass ich jetzt hier nicht so viele, ähm, böse Kommentare reingetan habe, aber ihr müsst wissen, die Kommentare sind eigentlich über die Zeit ziemlich ausgeschrieben, gestorben. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, aber trotzdem, also wundert euch am besten nicht. Und noch dazu, falls ihr beim nächsten Mal in einem Video landen wollt, dann schreibt mir doch auch einen scheiß Kommentar. Nein, aber mal ernsthaft, ähm, ich werde jetzt eigentlich, oder zumindest habe ich es eigentlich auch nicht vor, Kommentare auf Officer Billy mal hier mit reinzupacken, das bleibt jetzt erstmal ein Deluxe, Deluxe 16, Speziale. Also von dem her, nicht wundern. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später. Vielen Dank.